Kassmann eine gute Möglichkeit für euch wenn am besten Schildkrötenkill einfach auf der drauf geschlagen und aufpassen dass man nicht runter fliegt Kassmann und wie ihr seht brauche ich gerade relativ lange für den ich habe gerade meinen Mücken nicht leid Kassmann und wie ihr seht habe ich ein erstmal toll jetzt habe ich für die Kille jetzt hole ich mir die Sachen raus ich werde angekommen und man sieht hier nichts die los und 2 3 die los man hat dann ja auch nichts gegeben hatte sie mal ein bisschen mit dem Boden also hier er war schon mal hier oben hier oben ist das ist das ist